Ja, hallo, hört ihr mich schon? Ina ist in Berlin. Könnt ihr mich hören? Wird uns einen kurzen Impuls geben zum Thema Veränderungskompetenz. Ich habe jetzt eine Weile geredet. Ich hoffe, wir können die... Könnt ihr mich hören schon? Ja, super. Hört ihr mich? Ah, okay, sehr gut. Alles klar. So, Moment. Herzlich willkommen, Ina. Toll, dass du dir die Zeit nimmst aus Berlin. Ja, gerne. Warte, ich... Ich will erst mal jetzt hier... Warte, ich bin noch nicht ansprechbar. Ich muss jetzt hier erst mal meinen... Conny, wir bräuchten noch Gerold alias Kaktüs als Co-Host bitte, damit er was teilen kann. Dieter Kaktüs, ja, ja. Lieben Dank, Conny. Gerne, danke. Kommt ihr bitte alle zusammen? Hallo. Klingeling, Klingeling. Hallo. Nächster Agenda-Punkt bitte. Hol ich mal noch ein Wasser. Me too. I'll also grab another coffee. Ach, da seht man, alles klar. Nicht so laut, ne? Nee. Okay. Ich glaube nurern. Ich glaube nur... Das war's.